Ja, ein kleiner Hund kann der allerbeste Freund sein. Er kommt ins Haus und die Welt sieht anders aus. Ein kleiner Hund lenkt dich ab an deinen Sorgen, ihm ist es gleich, ob du arm bist oder reich. Was sagt ihr? Ein Krokodil? Hier bei uns ein richtiges Krokodil. Welche Farbe hat das Krokodil? Grün? Oh, da kommt es. Oh, hier, hier, hier. Schnell. Da binde ich einfach ganz schlau zuallerletzt die Zähne fest. Hurra! Applaus, Dankeschön.